hallo dann kommt zu einem weiteren video die ganzen items hier gestern haben wir gestern schon bewertet nur vier items aber ja wo ist der goldschufer 11 der kommt erst um 11 uhr so wie immer sieben stunden verzögerung dann ist es bei den 0 uhr genau dann kommt richtig also deswegen ich irgendwie stehe ich gerade im weg man kann gar nicht sehen jetzt bin ich ganz komplett raus aber vielleicht erkennt mich die kamera ja so ok ja das heißt wir haben jetzt noch drei stück übrig der rikan specialist ich gebe dem vier von zehn und das lassen wir jetzt zehn stunden lang durchlaufen also wir sehen uns dann wir sehen uns in zehn stunden wieder so genau dass wir jetzt zehn stunden lang durchlaufen das ding ich halte jetzt meine klappe so So, jetzt genug hier, ich drehe ja jetzt schon am Rad, da brauche ich keine 10 Stunden. Wisst ihr eigentlich, worauf wir anspielen? Auf, brennt uns mal wieder ein jetzt hier so. Wisst ihr eigentlich, worauf wir anspielen? Oh, man sieht uns gar nicht mehr. Oh, wie hast du mich mitgeknadert? Ich bin nicht, denn ich gehe mal ganz kurz raus. Ja, habt ihr auch von diesen 10 Stunden Fortnite-Saisons schon was gesehen? Für mich, als der Herr Sofort mir das vorhin gezeigt hat, das war für mich Hirn-Tot pur. 10 Stunden lang das hier zum Beispiel. Und wie viele Klicks? 300.000? 300.000 Klicks, wofür machen wir uns hier so viel Mühe? Und ihr kriegt dann 15 Klicks oder so. Und die 300.000 für 10 Stunden das da. Vorliegen, vorliegen, das ist ja ganz einfach. Ihr könnt ja einfach, ähm, theoretisch... Ah, ne, das war ja. Ihr könnt eigentlich theoretisch es einfach so machen. Warte mal, oder? Ja, Leute, hier, so nice, oder? Ja, das ist toll. So, und was gibt es jetzt dem Emote da? Übrigens, nicht nur. Die haben ja nicht nur solche Emote-Songs genommen. Ich bin schon wieder draußen. So, die haben zum Beispiel auch das Nachladen einer Bahn. Der Headshot, warte ist der Headshot. Der Headshot, ja, selbst das. 10 Stunden lang den Headshot. Juhu. Ist das nicht toll? So, also ich kann es nicht mehr hören. Oh, Alter, Falle. Mach das rein, mach das weg. Mach das weg. Bitte mach's weg. Mach's weg. Mach's weg. Bitte mach's weg. Mach's weg. Mach's doch bitte weg, so. Okay, jetzt haben wir den letzten. Ja, was hast du? Hast du noch gar nichts zu geben, dem True Heart? Doch, habe ich schon. 2 von 10. Okay, ich gebe dem True Heart 5 von 10. So. Was? Ja. Nein, mach den weg. 4 von 10. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Ich nehme wirklich zu. 3 von 10. Mach ihn weg. 2 von 10. Mach das Ding weg. Jetzt habe ich auch genauso viel wie du. 2 von 10. Mach es weg. Mach es weg. Du findest ja nicht schlimm. Mach es weg. Mach weg. Mach weg. Okay. So. Da ist der Spike it. Yeah. Passend zum Football. Geil. So, jetzt könnt ihr gerne diesen auszunehmen, den 10 Stunden hintereinander zusammenschneiden, dann schinken und dann können wir das hochladen. Das können wir selber auch relativ einfach machen. Ja, das ist eigentlich echt einfach. So, also, geht bis in 10 Stunden. Ich finde, ich bin den ganz nice. Ich gebe dem 7 von 10. Also, wenn euch das Hollige denn nicht auf jeden Fall hat, dann wünschst du mir selber ein Like, ein Abo, ein Kommentar, ein Abo, ein Abo und ein Abo. Ich freue mich noch ein Abo und tschüss. Tschüss. Denkt an die 10 Stunden Videos und denkt an die Goldschule beim Morgen. Ciao.